Wer einmal hier auf Amrum im Paradies angekommen ist, der will ja auch nie wieder weg. Zu Hause ist da, wo der Anker fällt und der ist bei mir schon lange gefallen. Das ist jetzt so gut bummelig 30 Jahre her, dass ich hier nach Amrum gekommen bin. Und wie könnte man das besser beschreiben? Hier ist kein Tag wie der andere. Es ist diese Lebensart, diese wunderschönen Bauwerke und vor allem die Natur, die Amrum für mich einfach zum wahren Paradies auf Erden macht. Wenn du am Meer an der Nordsee spazieren gehst und dem Wolkentreiben hinterher siehst, egal bei welcher Windstärke, diese Momente sind unbeschreiblich. Und wenn dann die Sturmsaison den Winter einläutet und es heult und jault, das ist richtig Heimat. Wenn ich auf meinem Leuchtturm stehe und zusehe, wie der Wind den feinen Sand über den Strand weht und ich den Blick über die schier grenzenlose Weite der Nordsee wandern lasse. Wenn ich den Wind so richtig spüre, dann weiß ich, das ist meine Nordsee. Das ist mein Zuhause. Das ist mein Zuhause. Das ist mein Zuhause. Untertitelung des ZDF, 2020